Museum für Naturkunde Das heutige Museum ging hervor aus drei Einzelmuseen, die 1810 gegründet und 1889 im heutigen Museumsbau vereint wurden. Das Museum verfügt über nicht weniger als 25 Millionen Objekte. Die Exponate verteilen sich auf die Fachgebiete Geologie, Mineralogie, Paläontologie und Zoologie. Hauptanziehungspunkt ist die Saurierwelt mit dem Giraffatitan. Das Skelett der Riesenechse erreicht eine Höhe von über 13 Metern und misst von der Schnauze bis zum Schwanzende 23 Meter. Die urzeitlichen Knochen wurden in Tansania bei Ausgrabungen Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt. Das Skelett gilt als das zweitgrößte montierte Saurierskelett der Welt. Die Berliner nennen das Riesentier liebevoll Oskar. Seit 2015 gibt es im Museum auch einen Tyrannosaurus Rex. Weniger imposant, dafür von seinem Wert für die Wissenschaft enorm wichtig, ist das Skelett des Urvogels Archäopteryx. Von ihm blieb nur ein Abdruck im Gestein. Die Abteilung System Erde erklärt den Werdegang unseres Planeten, gewissermaßen vom Urknall bis zum heutigen Tag. Ein Kuriosum sind die konservierten Präparate von Reptilien, Fischen, Krebsen und Insekten. Sie sind einzeln in Alkohol eingelegt. Insgesamt gibt es 276.000 solcher Gläser. Sie belegen die 12,5 Kilometer langen Regale. Nicht in Alkohol, dafür aber als ausgestopfter Teddy, darf der 2011 verstorbene Eisbär Knut, einst Publikumsliebling im Berliner Zoo, im Naturkundemuseum weiterleben.